10 Gründe, warum du in Minecraft eine Elytra brauchst. Servus, und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und legen wir direkt los. Der erste und einfachste Grund, warum man eine Elytra nutzt und nutzen sollte, man kommt überall hin. Und was meine ich mit überall hin? Naja, schaut euch mal solche Bergspitzen an. Dort hinauf zu kommen, ist super umständlich. Mit einer Elytra, super einfach. Aber ich meine gar nicht nur diese wunderbaren Bergspitzen hier. Auf die könnte man ja auch hinauf klettern. Nein, ich meine so Dinge wie eine Skybase. Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die coolste Skybase. Also genau genommen gar keine. Aber ihr versteht, was ich meine. Ohne Elytra geht das nicht. Also ihr stackt euch hier rauf und dann wäre es ja irgendwie keine Skybase mehr, sondern eine Base auf einer Stütze. Kommen wir zu Nummer 2, etwas sehr Nützlichem. Und zwar wissen wir alle, dass wir seit einer gewissen Version in Minecraft kriechen können. Alles, was wir zum Kriechen brauchen, ist eine Falltür, die drückt uns in die Kriechposition und wir können hineinkriechen. Aber sind wir mal ehrlich, wir haben doch nicht immer eine Falltür mit uns. Und wenn wir mal keine Falltür mit uns haben, aber tatsächlich doch in so ein Loch hineinkriechen wollen, geht das mit einer Elytra. Denn ich kann einfach in die Flugposition gehen und so unter einem Block hineinkleiden. Und schon kann ich einen Block hohe Gänge begehen. Nummer 3 ist mindestens genauso cool wie Nummer 2, nur einfach nicht so leicht umsetzbar. Denn man kommt mit einer Elytra auch über eineinhalb Blöcke drüber. Darüber, wo man normalerweise nicht drüber springen kann. Und weil ich das immer nicht auf die Reihe kriege, wie das funktioniert, habe ich den guten Klim gefragt, ob er mir für mich das demonstrieren kann. Und wie ihr in diesem Clip hier sehen könnt, macht er das hervorragend. Und hier, beim Anfang sehen wir, es klappt nicht. Wir können nicht drüber springen. Aber mit Elytra kommt er nach ein, zwei Versuchen ohne Probleme auf eineinhalb Blöcke hinüber oder oben drauf und dann drüber. Keine Ahnung, wie er das macht. Aber es ist höchste Zeit, es jetzt mal auszuprobieren. Wie macht er das, dass er da drüber kommt? Ich komme nicht ums Verrecken drüber. Und ich weiß auch einfach den Trick nicht. Ich mache es exakt, wie er es tut und ich komme nicht drüber. Nein, er hat mir das auch schon auf einem Server gezeigt. Irgendwie muss es gehen. Ich verstehe nur nicht, wie. Danke, Klim, dir fürs Herzeigen. Ich werde es weiterhin üben und eines Tages kann ich es vielleicht auch. Schreibt es mal in die Kommentare. Könnt ihr das? Wer von euch kann das? Daumen hoch, wer es kann. Also, Hände hoch, wollte ich sagen. Liken dürft ihr auch. Daumen nach oben. Der aufmerksame Beobachter meiner Videos kennt die Nummer 4. Denn wir können mit einer Elytra durch die Decke fliegen. Alles, was wir brauchen, sind ein paar Enderperlen. Dann züßen wir hier dagegen und schmeißen im richtigen Zeitpunkt eine Enderperle. Wie ihr sehen könnt, es funktioniert. Klar, braucht man mal den einen oder anderen Anlauf, um das zu schaffen. Und etwas Gutes zu essen, wenn man sich den Kopf stößt mit der Enderperle. Aber es funktioniert. Und lasst mich an der Stelle noch einen kleinen Tipp an euch geben, den ihr vielleicht auch schon kanntet. Wenn ihr mit einer Elytra an die Decke fliegt, nehmt ihr keinen Schaden. Wenn ihr eine Enderperle gegen die Decke schmeißt, ja dann schon. Kommen wir zur Nummer 5. Bei Nummer 1 hatten wir ja schon den Punkt, dass sie mit der Elytra überall hinkommen. Aber nicht nur das ist der Vorteil. Denn wir kommen mit der Elytra auch überall super schnell hin. Aber wie schnell ist so eine Elytra wirklich? Diese Strecke hier ist 1000 Blöcke lang. Und wir schauen einfach mal, wie lange wir brauchen, um die Strecke zu fliegen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und ich gebe einfach Vollgas. Es wäre nicht zwingend nötig, aber wir tun es. Und über die Ziellinie. Mit der Elytra haben wir ca. Ungefähr 30 Sekunden gebraucht. Für euch mache ich noch den Vergleich und renne die Strecke einmal. Elytra aus und auf die Plätze. Fertig. Los. Natürlich wird gesprintet und gesprungen. Mal schauen, wie lange wir 4000 Blöcke brauchen. Gut, wie lange habe ich gebraucht? 2 Minuten 15, 2 Minuten 18. Irgendwie so. Gutes Stück über 2 Minuten. Natürlich weiß ich, dass es noch andere Methoden gibt, mit denen man sehr, sehr schnell reisen kann. Aber die Elytra macht es einem wirklich unglaublich einfach. Aber die Elytra hat noch eine weitere wunderbare Funktion, die sich bei Nummer 6 versteckt. Ich habe einen Wassereimer dafür als Beispiel genommen. Lasst uns mal ein kleines Stückchen reisen. Und zwar ans Meer. Wusstet ihr, dass ihr mit der Elytra auch wunderbar unter Wasser tauchen könnt? Und ihr könnt dann eure Elytra mit Hilfe von Raketen auch als Düsenantrieb unter Wasser verwenden. Und man ist somit auch nochmal ordentlich schnell unter Wasser. Und kann natürlich jederzeit seinen Flug über Wasser fortsetzen. Das ist eigentlich echt ganz praktisch. Eintauchen. Ein bisschen versteckt vor Feinden. Und wenn es ist, mit den nötigen Raketen wieder rauszischen. Und ihr könnt hier im Wasser auch in eine Art Warteposition gehen. Seht ihr das? Ich sink ein bisschen nach unten. Man sollte aufpassen, dass man nicht am Boden aufkommt. Weil dann ist die Fluganimation vorbei. Aber ansonsten kann ich hier unter Wasser ohne Probleme ausharren, warten und dann wieder durchstarten. Kommen wir zur Nummer 7. Und Nummer 7 ist so eine spielerische Sache. Denn um eine Elytra zu bekommen, müssen wir ins Ende. Das heißt, die Elytra, um eine Elytra zu bekommen, müssen wir eine Challenge erleben. Das heißt, die Elytra fordert uns erstmal heraus, ein Abenteuer zu erleben. Für das Abenteuer müssen wir ins Ende hüpfen, den Drachen besiegen und dann viele tausend Blöcke in eine Richtung reisen. Oder eines dieser wunderbaren Wegportale hier nutzen, um uns dann auf die Suche nach einer Endcity zu machen. Ja, ich habe natürlich jetzt eine Elytra schon an. Ohne Elytra ist das eine wahnsinnige Aufgabe. Wer wissen möchte, wie anstrengend sowas sein kann, einfach mal nach ein paar Endstreams, Endsessions von mir schauen. Wir haben einmal über eineinhalb Stunden nach der ersten Endcity gesucht. Und ich bin nicht irgendwie Banane. Wir haben dabei eine Menge Zuschauer zugeschaut, die alle ihre Tipps und Kommentare reingeschrieben haben. Also wir haben wirklich effizient gesucht. Und sowas kann dauern. Das Spannende ist, mit dem Finden einer Endcity ist es ja dann nicht getan. Man muss dann zum Schiff. Man muss gegen furchterregende Schalker kämpfen. Wenn man die furchterregenden Schalker denn mal besiegt hat, dann kann man sich hier den Loot schnappen und auch die Elytra. Kommen wir zu Nummer 8 und dafür reise ich gar nicht zurück nach Hause. Denn die Nummer 8 ist ganz einfach. Die Elytra ist ein Lebensretter. Ihr fragt euch wie? Das ist ganz einfach. Es gibt immer unachtsam Leute, gerade in Streams oder beim Videos machen, die nicht aufpassen, was sie tun. Und auch nicht aufpassen, wo sie hinlaufen und dann Gefahr laufen, ins Void zu fallen. Aber nicht mit einer Elytra. Denn mit einer Elytra lässt es sich sogar vor dem Void entkommen. So, für Nummer 9 steuern wir aber wieder nach Hause. Und schauen wir mal, ob ich den legendären Landungsflug hier schaffe. Ah, der ist ganz schön verzwickt eingebaut. Wir schaffen das, wir schaffen das. Yes! Ja, die Nummer 9 wird den ein oder anderen vielleicht überraschen. Die Elytra ist auch ein wunderschönes, hübsches, königliches Accessoire. Denn wann hat man in Minecraft schon mal die Möglichkeit, ein Kleidungsstück zu tragen? Und hier haben wir einen wunderbaren Umhang bekommen. Und mit dem ein oder anderen handwerklichen Geschick kann so eine Elytra auch wunderhübsch werden. Schaut euch mal an, wie wunderhübsch die Elytra war, die Lars in einem Survival-Multipure-Projekt von mir und meinem Team überreicht bekommen hat. Na gut, die ganze Sache hat auch einen Nachteil. Also, wenn ich jetzt mit Schuhe und Hose rumlaufe und eine Elytra dazu trage, ja, dann finde ich es auch etwas gewöhnungsbedürftig und würde mich auch nicht mehr zwingend als schick bezeichnen. Können Minecraft-Charaktere wirklich schick und hübsch sein? Ich glaube schon. Nummer 10. Und jetzt bist du dran. Richtig. Ich möchte bei Nummer 10 wissen, welche dieser 10 Punkte für euch überzeugend klingt, welche dieser 10 Punkte definitiv auf euch zutreffen, weswegen ihr die Elytra nutzt. Und jetzt weiß ich schon, ich höre die Stimmen schon, Kroko. Dir ist bloß keine 10. Idee eingefallen, deswegen forderst du uns herauf, eine 10. Idee zu sagen. Äh, ja, äh, nein. Natürlich nicht. Man kann nämlich mit der Elytra fliegen und während man reist und schnell von einem Ort zum anderen kommt, essen. Super praktisch. Und du denkst dran, wenn dir das Video gefallen hast, lässt den Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, vergisst nicht zu abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Wir sehen uns in dem Video. Bitte.